Folge Nummer 25 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind an der Kreuzung im Berchtesgadener Land, die da letztes Mal so richtig schlecht funktionierte, weil da so viel Verkehr ist. Die staunen sich bis hinter die Brücke und jetzt werde ich hier eins machen und das ist erstmal schauen, was diese Buslinie hier macht, die sowieso nur rechts rumfährt. Das bedeutet, wir werden die jetzt definitiv einmal anpacken und um die Ecke verlegen, hier irgendwo hin. Damit die Busse nicht vor der Kreuzung stehen, sondern hinter der Kreuzung irgendwo stehen, dann geht es da vielleicht ein bisschen besser voran. Das müssen wir mal gucken. Wie sieht es mit den anderen aus? Da gibt es keine Haltestelle, also da gibt es zwar eine, aber die ist weiter weg. Dann passt das schon, oder? So wie es aussieht, gibt es aber noch eine zweite. Gut. Und dann sind die Busse da erledigt erstmal. Das sind zwei Linien übereinander, naja, okay. Hier ist erstmal gut. Lass die Fahrzeuge da erstmal weg. Und dann gucken wir nicht mehr da rein, sondern da rein und schauen uns die Ampel nochmal an. Jetzt ist jetzt der Bus rumgefahren. Wir haben Linksabbieger, wir haben Rechtsabbieger. Wir haben nicht dreispurig hier, oder? Das ist nur zweispurig. Tendenziell zu überlegen, ob hier dreispurig Sinn machen würde, wegen Rechtsabbieger, Linksabbieger geradeaus fahren, ne? Die biegen jetzt alle hier schön ab und die auch und die fahren auch alle schön geradeaus. Hier ist nicht viel Verkehr, das geht. Hier geht es schon bis zur nächsten Kreuzung ran. Die stehen dann schon auf der Kreuzung, wie wir sehen. Das ist nicht gut. Also diese linke Spur muss mehr vorankommen. Und hier stehen sie bis zu der Kreuzung wiederum. So, das bedeutet die Linksabbieger und Rechtsabbieger. Wo wollen die denn alle hin? Die wollen alle rechts hier vor allem jetzt gerade, ne? Also gegenüber kein Problem, Rechts geht es und hier unten wird es schwierig. Genauso wie hier links. Der Linkabbieger ist leer. Gerade Ausspur ist auch ziemlich leer. Da rücken jetzt die Nächsten nach, die von irgendeiner grünen Phase oder Rotphase von hier schon kommen. Das ist aber alles okay. Aber hier geht gar nicht. Hier ist aber auch keiner auf dem Linksabbieger mehr, ne? Kann man hier dreispurig machen? Gute Frage, ne? Dass der vor der roten Ampel wartet, finde ich schon Hammer. Okay, weil der da reingefahren ist, der Donutwagen da oder was, das Wurstwagen. Deswegen haben die das nicht mehr geschafft. Das ist okay. Aber hier stehen sie noch auf der Brücke. Und staunen sich bis hier hinten hin. Also macht nicht viel Sinn da. Und hier staunen sie sich auf jeden Fall auch weit, weit zurück. Das heißt, hier muss was passieren noch. Jetzt biegen schon keiner mehr links ab, ne? Das ist jetzt geradeaus und rechts. Das sind die jeweiligen Linksabbieger. Das sind auch Linksabbieger. Da gucke ich mal gerade rein, wie viele haben die? Die haben nur noch drei Sekunden. Okay, das reicht auch erst. Und da sind die geradeaus und links. Wie viele haben die? Sieben. Dann gehen wir mal jetzt auf neun hoch. Und das letzte ist Fußgänger. Die brauchen wir auf jeden Fall da. Aber ich glaube, wegen der unbezogenen Bushaltestelle könnte es ein bisschen entspannter da sein. Ich lasse uns gerade noch gucken, diese gerade Ausspur. Wie hat die? Die hat auch sieben. Die machen wir jetzt mal auf neun. Speichern. Anfangen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Okay. Linksabbieger ist alles gut. So, die haben jetzt eine längere Zeit zum Fahren. Okay. Da ist alles prima. Jetzt sind gerade die Fußgänger dran gewesen. Jetzt die Spur hier und die da oben. Verkehr fließt besser. Jetzt weniger, das ist die Frage. Hier ist wieder eine Bushaltestelle. Aber die können wir da nicht schlecht verrücken. Die stehen hier. Sind aber da noch alle abgebogen. Das ist noch gut, aber jetzt wird es gerade schlecht. Oder? Ja, jetzt wird es schlecht. Ja, steht so genau auf der Kreuzung einer. Schlecht nachgerückt natürlich hier auch, ne? Wir müssen mehr Autos da hinkriegen. Kriegen wir denn eine dritte Spur gebaut? Also eine dreispurige. Würde direkt da drauf gehen. Würde ich jetzt auch so handhaben. So, dann Kreuzung ändern. Weil hier können wir definitiv noch ein bisschen jetzt umbauen. Also hier stoppen wir die Ampel. Und ändern. Also geradeaus fährt ja fast keiner, ne? Warte, Mann, lass uns von oben anfangen. Diesen ändern wir als erstes. Beziehungsweise. Ja, dann machen wir mal so. Speichern die erst mal. Zweite Phase ist die da oben. Warte mal. Dann erst mal die erste Anzeigen. Geradeaus und rechtsabbieger. Dann müssen wir hier dieses ändern. Der muss rot bleiben, weil jetzt kommen die sicher ins Gehege, ne? Speichern wir. Nächste ist dann da ein Rechtsabbieger. Ne, ein Linksabbieger ist da. Das bedeutet, das ändern wir hier natürlich auch, weil da muss dann auch ein Linksabbieger hin. Speichern wir dann. Nächster Schritt. Haben wir da Linksabbieger. Das bedeutet, hier kann auch der Rechtsabbieger fahren. Ach so, müssen wir ändern. Dann kommen wir da mit weiteren Fahrzeugen zu Gange, oder? Ja. Speichern wir dann. Nächster Schritt ist die geradeaus und die geradeaus und links, rechts und rechts. Das können wir nichts anderes mehr da hinzufügen dann. und der letzte Schritt sind die Fußgänger, starte die Ampel. Jetzt ist noch zu überlegen, ob wir denn Links Spur und die geradeaus Spur hier machen. Ah, guck mal da. Keine Fahrzeuge auf der Brücke. Hier ging, hat man gesagt. Da geht's, hat man gesagt. Aber hier ist noch schlecht. Warum geht's jetzt hier nicht weiter? Aha, diese Busse, ne? Irgendwas ist mit dem Bussen nicht gut hier, ne? Bus-Depot, Bus-Bahnhof. Nee. Kann hier eine Straße reinmachen. Könnte man bis dahin machen, ne? Aber das ist es nicht. Das geht leider auch nicht. Ich suche gerade die Idee, wie man das machen kann, dass die Straße da nicht das Problem nachher ist. Also, das mag er ja nicht. Das mag er auch nicht. Die Windräder sind hier zu nah dran. Kann ich die Windräder verschieben? Straße weg. Ja, kann ich. Mach ich so erst mal. Dann müssen hier ein paar Häuser halt dran glauben. Gibt's denn nur Buslinien? Wahrscheinlich aber nicht bei uns jetzt hier, ne? Bus-Straßen, sagen wir es so. Das sind die größeren Straßen. Ich schätze mal nur Bus geht nicht. Eine reine Busfahrspur. Mautstellen, okay. Das bedeutet, das was ich vorab funktioniert da so nicht, sondern nur das. Nee, das war schon die Idee. So ist schon ganz gut. So passt's. Und dann bräuchte ich die Autobahnauffahrt. Die dann nicht funktioniert. Nein, will er auch nicht. Mach die Straße da nochmal weg. Dann machen wir da die normale Straße nochmal hin. Und dann nochmal die Autostraße wieder drauf, wenn's geht. So, passt's. Okay, versuchen wir das mal, was wir da vorhaben. Bushaltestelle verlegen. Passt. Die drehen da sogar um. Sehr interessant. Ist aber nicht so schlimm. Kann ruhig so funktionieren. Dann brauchen wir jetzt Spurwechsel verbieten und sowas. Und das gleiche auf dieser Seite natürlich. Warum fährt der da lang? Keiner weiß es. Krass, oder? Also, da müssen wir das abschließen. Das ist ja fertig, ne? Diese. Da hin. Der da hin. Der da hin. Der da hin. Und dieser Bus, ja, ist die Frage eigentlich. Ja, da gibt's eine Linie, die da lang geht. Also muss auch das Auto da lang fahren können. Jetzt biegt der aber nur ein Spurig ab, ne? Oh, naja. So, die Busse sind da jetzt schon angelandet. Das ist schon mal gut. Ist zwar fürchterlich klein die Spur jetzt hier geworden, aber alles ist gut. Okay. Was passiert hier jetzt, ne? Kein Spurwechsel da erlauben. Wie sieht's denn überhaupt jetzt so aus? Ja, okay, die Brücke ist wieder voll, aber von der Farbe her entspannter. Die Buslinie habe ich runtergenommen, bringt aber nicht viel. Zurzeit. Weiß nicht, warum die hier unten langfahren, aber naja. Wir können aber auch hier unten noch das hier machen. Keine PKWs, keine LKWs, der Rest darf. Keine PKWs, keine LKWs. Keine PKWs, keine LKWs in beide Richtungen, beziehungsweise machen wir da eine Einbahnstraße raus. Aha, warte mal, das können wir nochmal umändern. Ja, komm, wenn, ist auch so. Können da mal eine Einbahnstraße raus noch zaubern. Ah, hier unten war sie. Das und das. Okay. Was ist denn das für ein Auto hier? Ich darf doch gar nicht langfahren, oder? Sportauto. Ja, da sind die Raudis, ne? Wenn ich hier was abreißen will, ne? Das ist das ganze Stück, das ist das ganze Stück. Schade. Wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn das hier geschmeidiger aussehen würde, ne? Jetzt kommen die Busse hier aber nicht weg. Wahrscheinlich will der links rum, ne? Okay, die wollen alle links rum, ist klar, ne? Gibt es hier denn eine Ampel? Warte, ich wollte Kreuzung haben. Ja, klar gibt es da eine Ampel, die wollen wir gleich weg haben. So, gucken wir weiter. Hier gibt es auch eine Ampel. Ist die vonnöten? Nicht wirklich, oder? Hier ist sie weg. Da ist vonnöten, ist klar. Hier ist auch keine Ampel vonnöten. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, wir müssen mal gucken, wie es jetzt läuft. Vielleicht ist es ja jetzt besser geworden, ne? Aber nur vielleicht. Also auf jeden Fall ist hier noch Verkehr bis dahin. Das muss weg. Das ist zu viel. Hier ist es über die ganze Brücke. Sind jetzt alles linksabbieger, oder wie sehe ich das? Ja, jetzt sind gerade ganz viele linksabbieger, die wir hier haben, ne? Wir haben auch gerade die Ampel umgestellt, ne? Was machst du dann da? Schwierige Bastelei an dieser Ampel. Also diese Zeitsteuerung kriegst du einfach nicht in den Griff, dann, ne? Ja. Das war diese Sache. Jetzt muss die Sache geändert werden, die müssen mehr Zeit haben. Fangen wir da an mit der Ampel. Es wird schwierig. Das heißt ja, im Endeffekt, dass wir eben auf 9 gemacht haben, war ja dann zu lang, weil... Stopp die Ampel. Diese Phase war ja ändern dann. Und da brauchen wir nur 8, ja. Speichern wir. Anfang. Gucken, wie sich jetzt entwickelt, oder? Okay, die Brücke ist jetzt nicht mehr ganz so voll. Nur bis zur Hälfte. Fahrzeuge kommen. Okay, ja, das sieht hier unten jetzt besser aus, auf jeden Fall. Hier ist immer noch voll. da fahren sie geradeaus und rechts. Vielleicht machen wir die Knoten hier nochmal anders. Ne, warte mal. Den wieder weg. Und den machen wir mal dazu. So. Gucken, ob das was bringt. Allerdings haben wir irgendwo eine Phase drin, in der Zeit der Ampel, wo es den Rechtsabweger alleine fahren darf. Aber dann geht das halt nicht. Ich glaube, wir müssen den Spurwechsel hier noch gucken. So, oder? Hoffen wir mal, dass da jetzt ein paar Linksabweger gibt, die es dann da linksrum auch schaffen, oder? Die rücken hier noch auf. Dann müssen wir den Spurwechsel da vielleicht noch verbieten, dass die da... Die dürfen nicht da hinfahren. Boah, die stehen immer noch auf der Spur an. Bis zum bitteren Ende. Wo fährt der jetzt hin? Oh, der fährt nach rechts. Ja, zwei Linksabweger werden nicht genutzt, ne? Schade, weil der KI das Spiel ist. Können wir jetzt nicht so wirklich ändern, oder? Das ist das Problem. Ich muss denen das da anbieten wohl. Na, es fährt trotzdem da keiner lang. Das ist schon schade. Das ist sehr schade, ne? Wir haben zwei Spur, ich abbiegen, aber es wird nicht angenommen. Das ist ganz schade. Und die dürfen wir dann auch noch auswählen. Das wollen wir ja dann auch nicht. Der soll ja dann geradeaus fahren hier. Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Ich möchte das ganze Werk hier... Ah, jetzt geht's. Und geht mehr. Ja, nö, immer noch keiner. Ja, schade drum, ne? Ein bisschen ärgerlich, was da gerade passiert, dass das nicht geht. Da müssen wir gucken, was wir da machen. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung. Wir haben es natürlich richtig schwierig jetzt hier. Ja, hier staut sich es immer noch. Weit, weit zurück. Bis in den nächsten Straßen, bis auf eine Abfahrt hier. Ist voll doof. Ja, was machst du? Keine Ahnung. Wo fahren die alle hin, ist die Frage. Müssen wir, denke ich, in der nächsten Folge gucken. Schade drum. Okay, ich sage mal jetzt erstmal, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mich freuen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aue habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Wenn ihr eine Idee habt, wie dieses Kreuzungsbereich hier besser bedient werden kann, dann schreibt das bitte in den Kommentaren und könnt auch gerne dieses Video an den Spezialisten teilen, die ihr so kennt, damit die da vielleicht auch nochmal dran arbeiten. Alles klar, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.